Subta Pavan Muktasana ist die liegende Windlösestellung, eine Übung zum einen zum Ausgleich von Vata-Dosha, zum anderen auch gut für die Verdauungsorgane und für das Kreuz. Es gibt verschiedene Variationen, zum einen gibt es Ekapada Subta Pavan Muktasana und es gibt Vipada Subta Pavan Muktasana. Annika zeigt beide. Zunächst vom Liegen ausgehend, beuge ein Knie und fasse mit beiden Händen um das Knie und zieh das Knie zu dir hin und strecke das andere Bein nach unten. Das ist Ekapada, Subta Pavan Muktasana, also Einbeinstellung. Subta heißt Liegen, Mukta Befreiung, Pavan, Pavana heißt Wind und auch Luft. Gut, daraus ist klar, zum einen ist das eine Übung gegen Blähungen, auch Blähungsprävention, aber es ist vor allen Dingen eine Übung, um die Bauchorgane zu harmonisieren und zu beruhigen. Angenommen, du hast irgendein Reizdarmsyndrom oder unruhige Verdauung, dann sind alle Pavan Muktasana Variationen sehr hilfreich. Du könntest ja auch noch den Kopf heben und den Kopf zum Knie geben. Damit ist es auch eine Übung zur Stärkung der Muskeln in der Kehle und ein bisschen auch im Bauch. Und du hast noch eine stärkere Komprimierung von Bauch- und Brustbereich. Eine weitere Variation von Subta Pavan Muktasana ist die Dvipada Subta Pavan Muktasana. Aus dem Liegen heraus ziehe beide Knie zu dir hin. Du kannst ja auch zuerst den Kopf auf dem Boden halten. Das kann durchaus auch eine Bizeps-Stärkungsübung sein, weil du mit der Kraft der Arme die Knie zu dir hinziehst, aber gleichzeitig Gesicht und Rücken entspannt hältst. Oder du kannst noch den Kopf heben und dann ist dort gleichzeitig auch eine Übung zur Stärkung von vorderer Halsmuskulatur, insbesondere um die Kehle herum und Bauchmuskulatur. All diese Variationen sind eben gut für die Gesundheit der Bauchorgane und zur Entspannung von Gesäß- und Kreuz- und Lendenregion.